Moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Survival Games in 1.9 wieder. Ja, in der lieben 1.9, die ich ja über alles liebe, hat man ja in meinem letzten Video gesehen. Dass die 1.9 perfekt ist für mich. Ähm, hallo? Achso. Ähm, Kit nehme ich nicht und, ähm, falls ich mal meine Nase hochziehe, ist das, liegt das daran, dass ich schnupfen habe. Ja. Ich glaube, ich gehe in die Mitte. Ups, leck. Alles klar, ich gehe doch nicht in die Mitte. Ich gehe doch nicht in die Mitte. Ich renne hier jetzt erstmal weg und nehme die Kiste. Da, da, da. Und es. Das noch mehr. Da, 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 da. Shit, warum werde ich immer so zurückgebackt? Achso, ja. Vielleicht, weil ich am Hochladen, wo mein Internet im Keller ist. Kann daran liegen. Okay, hier habe ich jetzt mal eine bessere Waffe. Alles klar. Da, da habe ich eine bessere Waffe. Wo bist denn du? Hey. Jetzt hampel ich hier nicht so rum. Das ist ein Hampelmann. Ey, du Hampelmann. Alles klar. Da ist der Tod. Da will der da rum. Ähm... Nehmen wir mal... Dat und... Dat und... Renn weg. Hier ist noch eine Kiste. Da ist das. Damit das keiner bekommt, nehmen wir das mal mit. Aber das ist hier ein Eisenschwerter. Äh, Eisen. Ja. Alles klar. Das ist ein Eisenschwerter, was ich gerade habe. Ich habe ein Bogen. Treff doch. Alles klar. Nein. Nein. Was ist denn das für eine Kacke? Ich sollte nicht aufnehmen, wenn ich am Hochladen bin. Denn leckt alles. Nur am Lecken, die Kacke. Leckt wie ein Stück Scheiße. Der verfolgt mich gar nicht. Alles klar. Wenn er mich nicht verfolgt. Wie viele leben denn noch? Jo, ein paar. Wo ist mein Ent? Eigentlich mein Internet gut. Warum hat der mich nicht verfolgt? Keine Ahnung. Slime. Ne, kann man die abenden? Geht nicht. Alles klar. Und... Ich bin noch nicht tot. Ich bin tot. Nice. So, hier kann ich hier nicht mal... Nee, ja. Kann ich nicht mal richtig schreien wegen meinem herzlichen Mikro. So. Gehen wir in der neuen Runde. Köh, köh, köh. Ebola. Gehen wir da rein. Ich liebe die 1.9. Gerade wenn's leckt. Hör mal an. Am Hochladen. Ich hasse das hier. Mit dem wegdrücken. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Bist du dann nackt? Zähl mal was an. Team. Oh, bitte Team nicht. Hier, ich nehm mal hier. Was kann ich nehmen. Hier, Vampir. Ähm. Ja, doch nicht. Hab ich nicht. Was machen eigentlich dieses Vampir-Ding hier? Äh, äh, äh. Ah, Regalier. Oh. Alles klar. Sehr gut. Nehme ich mal die unteren Kiste. Und renn weg. Hey. Niemals springen kann ich. So. Gehen wir mal weg hier. Die Map kenne ich nicht. Äh, hallo. Hallo. Vielleicht kenne ich dich ja doch. Aber. Ich hab's vergessen. PvP ist jetzt an. Hab nicht mal ne Waffe. Sehr gut. Jetzt hab ich ne Waffe. Das, 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 das hier hin. Fresse ich den Goldapfel. Dann fresse ich ihn auf. So. Du hast gute Rüstung und die möchte ich haben. Wie kann er mich killen? Ich hab ihn viel öfters geschlagen. So scheiße. Oh. Mein. Gott. Gott, 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 Gott. Überhaupt kein Bock mehr. Was ist denn das hier? Ich bin so gut im PvP. Der Beste. Hier, warum stehe ich einfach nur rum? Ich kaufe hier mein Skin. Okay, jetzt mal los hier. Playcubequav.net Und ich muss niesen. Und ich kann mich nicht muten. Fliegen gleich eure Kopfhörer weg. 1,9. Ja, best shit. Ja, sehe ich genauso. Hier, nimm mal das. Kann ich auch nicht nehmen. Muss man alles kaufen, oder was? Wieder so ne kleine Map. Emerald. Alles klar. Schneller. Alles klar. Warum krieg ich nur Schwerter? Ich will ne Axt. So, die Map kenne ich aber auch nicht. Kenne ich wirklich nicht. Ich will jetzt mal da rüber. Oder zum Boot. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Kriegt man immer einen Punkt, wenn jemand stirbt. Kann man da hoch? Natürlich nicht. Kann man die Pfeile hier eigentlich auch so schießen? Nö. Hab ich schon Schuhe? Ne, hab ich nicht. Aber, Erfahrung. Ich sammle eine Erfahrung. Und dann Tode. Kuckuck. Ah, Kiste. Das ist doch mal was Schickes. Schickes. Das ist hier oben. Ne, hier oben ist natürlich keine Kiste. Wieso? So sollte man auch belohnt werden, wenn man den Turm hochgeht. Sterben gerade alle. Alle sterben. Warum sterben die denn? Gehen wir hier hoch, hoch. Send. Send, ne? Nicht Send. Send. Sand, Send. Und. Ja, alles. Egal. Hand. Und. Okay, stir. Ich hab'n Bogen. Das brauch' ich nicht. Das auch nicht. So. Jetzt wird's gefickt. Willst du mich eigentlich ficken? Geh' mal da hoch. Hallo? Mikrokabel. Da ist jemand. Da ist jemand drinnen. Vielleicht sterbe ich jetzt. Vielleicht auch nicht. Okay. Kann man mal hier hin. Ups. Dann nicht. Wann geht'n das nicht? Ist hier noch hingekommen. Ich hab' mich grad hier mal mit nem Bogen abgeschossen. Hab' mich getroffen. Der war hier noch nicht. Der kommt. Da ist jemand. Mein Goldapfel. Alles klar. Jetzt sterbe ich schon wieder. Alles klar. Ich liebe die 1,9.